Es ist sicher richtig, dass die Gereiztheit grösser wird, dass die Anzahl der Genervten zunimmt. Aber es ist auch immer wieder wichtig zu betonen, dass in Deutschland jedenfalls ungefähr 85 Prozent der Bevölkerung hinter den gegenwärtigen Corona-Maßnahmen stehen und dass es in Deutschland mehr Leute gibt, denen die Corona-Maßnahmen nicht weit genug gehen, als dass es Leute gibt, die gegen die Corona-Maßnahmen protestieren oder rebellieren. Das klingt gut, das ist eine grosse Mehrheit. Wahrnehmend tut man zurzeit mehr die anderen, die sich auflehnen dagegen, weil die halt auch auffallen. Kann es sein, dass diese Gruppe irgendwann grösser wird und möglicherweise die Gruppe der Vernünftigen, die das akzeptieren, übertreffen wird? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das Potenzial für Menschen, die dem Staat alle erdenklichen Sauereien zutrauen, die der öffentlichen Meinungen vollständig misstrauen, dass das unter 20 Prozent liegt. Und ich glaube nicht, selbst wenn sich die Corona-Situation noch einige Monate so hinziehen sollte, wie sie gegenwärtig ist, dass das jemals eine Mehrheit wird. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass auch, und ich würde mich jetzt dazu zählen, ich akzeptiere die Massnahmen, ich verstehe, dass wir das machen müssen, um Rücksicht zu nehmen und so weiter. Aber auch bei mir selber stellt sich so eine gewisse Lachsheit ein manchmal. Plötzlich zieht man die Maske aus, weil man es doch doof findet, auf Distanz zu sitzen, sein Gesicht zu verdecken und so weiter. Und das stelle ich auch fest bei immer mehr Menschen. Kann es sein, dass wir irgendwann ein bisschen Corona-müde werden auch? Ich empfinde ehrlich gesagt genau das Gegenteil. Also ich hatte das am Anfang auch bei mir selber, dass ich einen ziemlich wirren Umgang mit der Corona-Maske gepflegt habe, weil ich einfach nicht daran gewöhnt war. Also dass man immer wieder vergessen hat und dass man rausgegangen ist und dass man dachte, ach Mensch, jetzt habe ich ja vergessen, eine Maske mitzunehmen. Und dass es jetzt eigentlich so ist, dass man trainiert darin ist, dass man seine Maske routiniert aufzieht, wenn man in einen Laden geht oder in Düsseldorf muss man ja in der Innenstadt eine Maske tragen. Und ich bin auch in Spanien gewesen im Sommer, da war das genauso, da musste man ebenfalls eine Maske tragen. Und ich denke, dass man sich daran sehr gut gewöhnen kann. Ich habe eher den Eindruck, dass die Maske Normalität geworden ist, als dass die Leute zu langsam damit umgehen. Und etwas Neues ist ja auch, dass plötzlich der Staat unglaublich viel vorschreibt. Der Staat uns Massnahmen, sagen wir mal, aufzwingt. Und Sie haben es gesagt, 85 Prozent, das verstehen und auch gehorchen. Sind wir denn in der Zeit der neuen Staatsgläubigkeit gelandet? Nein, also ich freue mich darüber zu sehen, dass 85 Prozent der Bevölkerung gute Staatsbürger sind. Denn was der Staat uns hier aufnötigt, ist ja nicht etwas, was er aus bösen Absichten tut. Sondern es geht darum, dass wir, jeder für uns, uns Maßnahmen unterziehen im Sinne des Gemeinwohls. Da kann man über das eine oder andere Detail streiten. Da kann man auch persönlich eine Meinung zur Maske haben oder nicht zur Maske haben. Aber das ist ja nicht die Frage. Als Staatsbürger bin ich ja nicht angehalten, in der Öffentlichkeit meine eigenen Corona-Positionen öffentlich sichtbar zu machen. Das heißt also, wir dürfen in Deutschland und in der Schweiz über Corona denken, was wir wollen. Aber als Staatsbürger haben wir halbwegs zu funktionieren. Ich bringe gerne das Beispiel, wenn Sie nachts mit dem Auto fahren und da ist eine rote Ampel. Dann können Sie sich auch sagen, diese rote Ampel macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Da ist kein anderes Auto, da ist kein Fußgänger. Trotzdem nötigt der Staat Ihnen ab, an einer roten Ampel zu halten. Einfach, weil Sie ein guter Staatsbürger sind, der hat sich an die Regeln zu halten. Und es steht ihm nicht frei, diese Regeln frei zu interpretieren. Persönlich können Sie darüber denken, die Ampel ist völlig sinnlos. Das können Sie auch Ihrer Frau sagen oder Ihren Freunden. Sie müssen sich trotzdem an die Regeln halten. Und es ist erschreckend, dass wir etwa 15 Prozent der Bevölkerung haben, die das immer noch nicht verstanden haben. Letztlich wird das durch die Praxis entschieden. Ich glaube, wir müssen, wie ich zu sagen pflege, theoretische Pessimisten und praktische Optimisten sein. Wir müssen das Schlimme befürchten und doch unser Bestes versuchen. Und ich meine, die faschistische Periode könnte zumindest in den Ländern, in denen wir leben, vermieden werden. Das bedeutet aber nicht, dass nicht immer eine mehr und mehr alles umfassende Regelung eintritt. Das ist wohl einfach schon aufgrund der Bevölkerungsvermehrung, schon aufgrund der dadurch notwendigen Entfaltung der Technik mit der Zeit eine Notwendigkeit. Die Menschen werden lernen, die Menschen werden lernen, wesentlich auf Zeichen zu reagieren. Als Symbol pflege ich da einfach an den Übergang über die Straße zu erinnern. Früher ging man über die Straße und hat rechts und links geschaut, hat sich überlegt, kann ich jetzt noch hinüber und hat dann die Entscheidung getroffen. Heute wartet man auf das grüne Licht und wenn es rote Licht kommt, bleibt man stehen und das wird wenigstens im Allgemeinen, es gibt natürlich auch hier immer Ausnahmen. Aber das könnte so weit sich entwickeln, dass derartige Reaktionen in die Substanz des Menschen übergehen und dass er gewissermaßen ohne Überlegung einfach glatt bei Rot stehen bleibt. Also eine rationale Verhaltensweise, die ihn aber in gewisser Weise dann zum Instinkt geworden, der tierischen Reaktionsweise näher bringt.